Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Heute am 1. Februar um kurz vor 14 Uhr draußen regnet es. Das heißt, das perfekte Wetter für mich, um wieder mal schön zu spielen, schön aufzunehmen. In der letzten Folge waren wir bei einer Wahrsagerin, die sich letztendlich nur auch als Gerüchtebetreiberin ausgegeben hat. Ähnlich wie die anderen beiden, die wir schon kennenlernen dürften. Und im Park haben wir dann auch noch reingetroffen. Letzten Endes haben wir jetzt einen Sack voller Gerüchte. Und werden dann jetzt dementsprechend mal schauen, dass wir diese Zutaten auch zubereiten. Und unser Städtchen verbessern, so wie es uns halt gefällt, gefallert. Und danach haben wir, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, nachdem wir uns dann natürlich nochmal ausgerüstet haben. Je nachdem, wie hoch dann die Preise sein werden, können wir entweder in die verlassene Fabrik gehen oder ins Casino. Oder wir haben tatsächlich noch eine Möglichkeit, irgendwas von Zodiac, wurde ja gesagt, von so einem Club. Der irgendwie, irgendwie war da was. Ich hatte das, glaube ich, mal vor 30, 40 Folgen richtig vorgelesen. Dann habe ich es ja nur noch übersprungen. Was machen die hier? Waren die schon vorher da? Ah ja, klar. Die Tollwitz-Beschwörerung. Beschwörerin. Äh, Poster. Was ist das hier für ein Poster? Lass mich raten. You swept this from the wall of a local... Ja, das hast du wohl irgendwie von so einem Bahnhof oder so her. Hast du abgezogen, hier rangeklebt, nicht wahr? Du wirst das wieder zurückbringen? Was? Nach all den Ärger, den ich auf mich nehmen musste, um da rankommen zu können? Wenn ich es da gelassen hätte, dann hätte es irgendjemand anders genommen. Von welchem Poster reden wir hier? Von dem da? Aha. Kommt er leider nicht ran. Keine Ahnung, was das sein soll. Das könnte... Das könnte dieser... Oh... Gut, das ist aber sehr phantasiös. Dieser Atom von Seattle sei ein, der ja vor einigen Monaten hätte weggebombt werden sollen. Hm. Hey, 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 magst du es, dieses Poster? They're the Muses. Ach so, dieses Konzert. Diese Musen, diese drei Leute da. Du weißt doch, wer sie sind, oder? Nein. Ähm, ja, sie wurden... Sie werden von Ginji Sasaki produziert. Es ist eine heiße Teenager-Band, über die jeder spricht besonders. Es wird besonders über den dritten mysteriösen Member gesprochen, also Mitglied. Solche Poster findest du nicht überall, mein Freund. Nur ein super Detective wie ich kann so etwas Seltenes finden. Hey, Finger weg, wenn du, ähm, wagest ja nicht deine, deine Fingerabdrücke da drauf zu machen. Aha, mhm, aha. Also hier auch, du musst mich doch... Du machst doch wohl Witze, ja. Und irgendeiner hat nicht nur die Band populär gemacht, sondern auch Lisa, wie wir erfahren haben. War doch, glaube ich, auch in der letzten Folge, ne? Die ist ja wohl angeblich das dritte Band-Mitglied. Soll ich die jetzt auch nochmal anquatschen? Oh, Junge, die beiden haben sich überhaupt kein bisschen geändert. Sie verhalten sich immer noch so wie in der Highschool. Ach ja, die beiden hier, die, die beiden. Okay, und was hast du mir noch zu sagen? Oh, komm schon. Poster aufzuhängen? In dem Alter, oh, ich schätze... Du musst irgendwie weiterträumen. Ähm. Also bitte, ja. Es gibt ja heutzutage auch sehr, sehr viele, ähm, Spiel-Wallpaper. Also da nimmt man dann einfach, ja, beispielsweise irgendwie einen Screenshot, weil die Spiele mittlerweile so gut aussehen. Und da pappen sich die Leute das einfach an die Wand. Ich finde das nicht schlimm. Ich war nie einer davon. Also meine Wände waren immer kahl. Aber ich dachte mir schon so das eine oder andere Mal, ja, wenn ich das Geld hätte... Klar, warum nicht? Also wenn ich, wenn ich Geld hätte, würde ich vieles machen. Ich würde mir eine Playstation 1 Kollektion anlegen. Ich würde mir schon so ein paar Poster holen. So Playstation 1 Poster oder irgendwie sowas. Also, ich würde viel machen, aber das ist halt so... Das ist halt wirklich Luxus. Das ist das... Ich weiß, ich brauche es nicht. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, ja. Aber das ist jetzt nichts, wo ich da wirklich hart drauf hinarbeiten würde. Und da gibt es ja auch wirklich Leute, die dann ihr Hab und Gut einfach da rein investieren. Ja, es ist immer noch gesünder als Zigaretten oder so, sag ich mal. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Also generell, physische Sachen sind immer besser als so Nahrungsmittel. In gewisser Weise sind Zigaretten ja auch Nahrungsmittel, weil du sie ja wegwirfst. Und sowas behältst du ja dann. Aber ja, ich bin da nicht so... Ja, nee, brauche ich nicht. Nicht unbedingt so. Wieso? Was passiert jetzt hier? Ach, das... Ich musste das machen oder was? Ich weiß, äh, verstehe, was du sagst. Aber trotzdem, ich kann mich nur entschuldigen. Nach all dem, äh... Äh, nee, ich hab niemals zuvor von dieser Maskerade gehört. Okay, also ich musste hier wirklich hin. Tamaki sagte, dass sie auch nichts davon wüsste. Ha? Du sagst mir, dass diese beiden Babes, auf die ich die ganze Zeit gestarrt hatte, deine Klassenkameraden? Sind, waren? Ja, ich schätze. Diese da, das ist Asashi. Und die da ist Mepo. Ey, das sind doch ihre Freundinnen. Also bei Mepo bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei der anderen nicht mehr so. Das würde dann auch erklären, wieso sie vielleicht die dritte ist. Weil sich irgendeiner von den beiden, äh, also Asashi oder Mepo, sich gewünscht haben, da wieder zusammenkommen zu können. Das wird wahrscheinlich die Geschichte sein. Haha, ist das so. Nun dann, dann ist dieses, ein weiteres Mysterium gelöst. Und, äh... Es bleibt aber immer noch... Ähm... Ließ aus mit, äh... Ja, aber die dritte, die müssen wir natürlich noch herausfinden. Der geheime Member ist niemals... Niemand anderes als du, meine Liebe. Ginko, ein, äh, ja, Teen, äh, Teen-Idol. Also, ich will nicht verwechseln mit Adult. Also, ja, ein, ein, äh, ne? Äh, okay, ich google. Ja, Idol übersetzt man natürlich mit Idol. Ihr versteht schon, hä? Äh, komm schon. Du kannst doch wohl die bessere Witze einfallen lassen, oder? Was? Du musst es ja nicht so sagen, weißt du? Äh, ja. Also, ich liege bestimmt nicht falsch. Meine, äh, Erklärung... Meine Schlussfolgerungen sind solide und so weiter. Was hat dich quasi? Wenn man nach den Gerüchten ausgeht, ist der dritte Member ein stylishes Mädchen mit blondem Haar. Komm schon. Du passt ja wohl perfekt in die, äh, Beschreibung zum Tee. Tee? Tee? Verstehe ich nicht, aber okay. Hey, warte mal. Ja, ähm, unterschreib einfach nur hier, bitte. Ich meine, du musst ja bald zu diesem Mu-Kontinent, oder? Weil da wahrscheinlich der Auftritt ist. Du musst in diesem Videoclip erscheinen, nicht wahr? Erstmal schon mal vorläufig ein Autogramm holen. Ähm. Du willst doch sicherlich, wolltest sicherlich gerade gehen, oder? Nun? Du wirst dich mit den anderen beiden treffen bei diesem Kontinent, oder? Warum behältst du das nicht als Geheimnis? Hey, komm schon. Unterschreib doch mal endlich hier. Gib mir ein Autogramm. Gib mir dein Autogramm. Gib mir dein Autogramm. 500 Mal. Oh, Alter, er hört halt echt nicht auf. Gib mir ein Autogramm. Und sie erst mal so. Sieg! Oh, äh. Äh, hör auf. Du, äh, machst dich hier noch voll zum Deppen. Warum würdest du dich so in deinem Alter verhalten? Ah, sie ist eifersüchtig. Oh. Im Hintergrund wird erst mal verprügelt. Äh, verstehe. All diese Kinder in der Sevens haben auf dieses Poster geschaut. Und haben gedacht, dass Lisa vielleicht ihr großes Debüt vorbereiten würde. Ach, das stimmt. Ich erinnere mich an so einzelne Textboxen, wo irgendjemand davon sprach. Hey, hast du nicht dein Debüt vorzubereiten? Oh, shit. Dieser Subtext. Haha. Wer hätte denn das gedacht? Ich? Ein, äh, ja, Star quasi. Ich übersetze es jetzt einfach mit Star. Lisa. Ich würde nicht, dass ich mich freuen, wenn ich du wäre. Hast du vergessen, dass diese Gerüchte wahr werden? Wenn das so weitergeht, dann wirst du wirklich ein großes Debüt feiern. Und, äh, irgendwas ist komisch an diesem Poster. Es ist so, als würde dieses ganze Ding, äh, ja, quasi absichtlich aufgehangen werden, um Lisa zum dritten Member zu machen. Also, ja, klar, man pusht dieses Gerücht, damit es halt wirklich wahr wird. Also, irgendjemand hat es wieder mal geplant. Ja. Ja, mit den Gerüchten könnte das, äh, die, der, die Arbeit der Maskerade sein. Ich weiß nicht, was sie versuchen damit zu bezwecken, aber es ist sicherlich, äh, wert, mal da rumzuschnüffeln. Tamaki sollte wirklich all das vergessen und, äh, ja, hier mal weitermachen. Tamaki? Wer ist nochmal Tamaki? Ist sie das oder meint sie an? Moment. Ne, sie ist Tamaki. Äh, das wäre jetzt aber auch krass gewesen, wenn das diese Enna gewesen wäre. Enna Takamaki. Tamaki, weil das, was Persona 5, die hieß ja auch so ähnlich. Ähm, genau. Muss ich jetzt denn nochmal, ja, nachdem das Poster erscheint, ist es ja nur natürlich, dass Lisa sich mit ihren Freunden treffen will. Wir können sie ja fragen, was abgeht. Jetzt muss ich die wieder anquatschen. Hm. Äh, ich bin richtig neugierig über diese Band. Ich bin auch interessiert an dieser Maskerade. Irgendwas, äh, stinkt hier nach alter Gefahr und so weiter. Er schnüffelt irgendwas. Nun, ich untersuche mal die Maskerade. Wenn ich was finde, dann lasse ich es dich wissen. Die Muses werden im Mu-Kontinent gefilmt. Ja, richtig. Wenn wir da rüber gehen, wird Lisa vielleicht da was finden. Uh, reisen wir jetzt woanders hin? Muss ich das hier alles liegen und stehen lassen? Äh, andersrum. Liegen und stehen lassen. Naja, ist irgendwie dasselbe, oder? Stehen und liegen. Was auch immer. Der Mu-Kontinent. Es ist, äh, südlich von Yumi. Ach nee, doch nicht. Okay. Schade. Weil, naja, Kontinent würde ja in einem Rollenspiel heißen, du kannst halt alles hier liegen lassen. Du musst dich nicht mehr darum kümmern. Aber naja. Ja, ein, äh, da ist eine riesige Arcade und so weiter. Werden sie da wirklich filmen? Ähm, ich weiß nicht, was das alles soll und so weiter. Asachi, was hast du vor? Mhm. Kann ich jetzt eigentlich mal hier so ein bisschen... Ah ja, erst mal Geld in die Katze stecken. Miau, miau. Miau, miau. So, okay. Zurück zum Business. Also, jetzt müssen wir natürlich schauen, was hier so abgeht. Äh, die... Kann ich das dann noch machen? Irgendwas konnte ich ja nicht machen, oder? Die Preise sind durchschnittlich. Die Preise sind hoch. Also, Preis gut, Waffe gut. Preis billig, Waffe billig. Großartige Variation, aber... Niedrige Preise. Naja. Die Frage ist ja, was die mit teuer meinen. Ob teuer wirklich teuer ist. Weil... Eine krasse Variation und niedrige Preise klingt ja auch gut. Aber ich würde tatsächlich für das teure gehen, weil ich ja sowieso immer momentan zu viel Geld habe. The quality is good, but the prices are high. The quality is good, but the prices are high. The prices are cheap. The quality is good, but the prices are high. Gut ist nicht mega krass, aber... Okay, ich mach das mal. You need... Ja, so, zack. Weil wir können das ja anscheinend nur einmalig machen. Ansonsten würde ich sagen... Ähm... Würde ich erstmal alles durchschnittlich halten. Damit ich dann neues Equipment habe. Und dann würde ich auf hochschalten. Aber das geht ja nicht. Man kann das ja anscheinend nur einmalig machen, oder? Ja, seht ihr? Es ist jetzt weg. So, Qualität. So, hier wieder dasselbe. Qualität ist gut, aber die Preise sind hoch. Ja. Yo. Und hier... Win real weapons using the sweepstakes magazine. Ist das... Also, hier diese komischen Magazinen da. Niedrige Chance. Aber... Preise sind groß. Du gewinnst... Du verlierst meist, aber wenn du gewinnst, ist es wirklich selten. Du gewinnst meistens, aber die Preise sind nicht gut. There is a low chance of winning, but the prices are great. You lose most of the time, but the prices are really rare. You win... There is a low chance of winning, but the prices are great. Selten muss ich unbedingt krass sein, oder? Aber ich nehme mal... Ich nehme mal das hier, so. Obwohl mir das ja mit dem Magazin noch nie wirklich jemand erklärt hat. Aber vielleicht kann ich es ja, wie gesagt, jetzt das machen. So, das war alles. Alles, alles, alles. So. Ich gucke mal direkt, ob ich das... You want to win some prizes? Just ask Tamaki about how you can enter. Ah, okay, okay. Ja, ich habe das wahrscheinlich jetzt erst freigeschaltet. Also, das mit dem Sweepstakes Magazin ist Realität geworden. Ich werde jetzt mal hier das Formular ausfüllen und so weiter. Hast du auch genug auf der Platte, oder? Erstmal reden. Will do some... Achso, ja, das hatten wir ja. Ich, äh... Was ist mit diesen Preisen? Die Preises werden, äh, durch eine zufällige Lotterie entschieden. Je öfter du antrittst, desto höher ist deine Chance her. Das sagen sie den Rentnern auch immer. Lul. Ähm, ja. Wenn du gewinnst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist, äh... Die Magazine zu kaufen, da drüben beim Sadumi Tatashi. Gib sie mir. Und dann, äh... Wir werden Lisas Adresse verwenden, alles klar. Die Regeln... Es gibt aber eine Regel. Du kannst nur... Jedes Mal eine gewisse Anzahl senden. Also, das muss sich schon irgendwie von alleine wieder resetten. Sonst geht das nicht. Okay, ja, ist halt einfach so, sagt sie. Du kannst 99 Mal das machen. In einem... In einer Runde, ja gut, so viel Geld muss man erstmal haben. Es ist natürlich einfacher zu gewinnen, wenn du vieles auf einmal machst. Ich, äh... Würde vorschlagen, du wartest, bis du 99 Magazine hast. Ja, weil... Man weiß ja, wie gesagt, nicht, wie lange das dauert, bis ich das resettet. Dann wäre es natürlich schon schlauer, erstmal zu sammeln. Ähm... Nichts, äh... Zu guter Letzt, äh... The Contest Results aren't immediate. Don't rush over to check Results. Ja, also es gebraucht seine Zeit natürlich. DHL, man kennt's ja, ist ja sowieso mal verspätet dran. Ähm... Try walking around in a dungeon. Okay, also dann vergeht die Zeit, wenn ich in einer Dungeon laufe. Oder so. Also hat sie jetzt einfach angeboten. Vertreib dir irgendwie die Zeit. Und dann überrest... Überlass den Rest einfach dein Glück. Dem Glück, ja. Na klar. If you're willing to take a risk, you might score yourself. Verstehe ich nicht ganz. Wie soll ich etwas riskieren mit 99 Preisen? Okay. Ja, dann schauen wir mal. Die konnte ich mir, wie gesagt, einfach kaufen, oder? Ist jetzt nicht so, dass man die so einfach sammeln kann. Ich meine, 99 ist ja viel. Ich hab drei davon. Die hab ich mir alle gekauft. Ja, dann warte ich, bis ich 99 hab, ne? Und würde mal sagen, das war's für die mit Let's Play Persona 2. Innocent Sin. Und in der nächsten Folge machen wir nochmal eine kleine Shopping-Tour. Schauen, was jetzt hier so mit den Preisen ist. Sind sie wirklich alle irgendwo noch okay? Kann man darauf sparen? Oder hab ich mir jetzt jeden Laden zerschrotet? Und ja, ja, ja. Ich denke, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Also mit der nächsten dann. In der übernächsten Folge werden wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich... Irgendwie, ähm... Wobei, wir haben's ja jetzt gehört, ne? Ist natürlich so die Frage, ob wir... Ich würd irgendwie trotzdem... Ah, es ist so schwierig. Warte, warte, warte. Ich glaub, bei Persona 1 gab's doch diese... Diesen einen Ort, der da... Ach, ich weiß nicht. War der später Story relevant? Ich würd trotzdem mal versuchen, in die, äh... Fabrik zu gehen. Weil das können wir ja dann mit dem Magazin koppeln. Ich bin schon neugierig. Ich würd ja jetzt mal an dem Shit teilnehmen. Das gebraucht ja sowieso seiner Zeit. Und deswegen würd ich sagen, shoppen. Dann zerkloppen wir die Fabrik. Ich geh davon aus, dass es... Dass wir die Fabrik nicht ganz schaffen werden. Dass es was Optionales sein wird. Was... Also... Vielleicht hat es ja so 80 Etagen. Und wir kommen nur bis zur 20. Weil dann die Monster zu gefährlich sind. Ähm... Genau, und dann... Haben wir vielleicht im besten Fall genug Geld, um uns 99 kaufen zu können. Beziehungsweise brauche ich ja noch 96. Die geben wir dann ab. Und machen dann schätzungsweise mit der Story weiter. Also jetzt habe ich im Grunde die nächsten 2 Stunden gespoilert. Gefühlt. Ja, mal gucken. Ob ich das heute alles so schaffe in den nächsten 5, 6 Folgen. Ja. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Sia.